Diese vier Dinge könnt ihr kostenlos rund um den Bundestag erleben. Und zwar nur zum Tag der Ein- und Ausblicke. Let's go! Eine Führung durch die geheimen Gärten und Höfe des Bundestages. Gespräche zu aktuellen Themen wie KI in unserem Alltag, Russlands Krieg gegen die Ukraine und zum Deutschland-Ticket. Ein Besuch bei den Bienen des Bundestages. Und zum Schluss könnt ihr den Tag ganz entspannt mit DJ ausklingen lassen. Also kommt vorbei am 3. September von 9 bis 19 Uhr.